Ich bin Peppa, der kleine Roboter. Das hier ist mein Zuhause. Ich habe es nach meinem Geschmack eingerichtet. Gefällt es? Sehr schön. Super. Wir haben den gleichen Geschmack. Hier im Wohnzimmer habe ich mich für einen Bodenbelag in Eichel entschieden. Die ganze Auswahl der Möglichkeiten kann ihr nachher Anderloch an unserem Mustertisch zeigen. Stimmt's, Zoe? Ja, gerne. So gefällt mir das. Vielleicht kommt dir meine Couch bekannt vor? Karl, das ist die, die auch in den Darstellungen unserer Wohnungen verwendet wird. Schauen wir doch ein bisschen weiter. Bei einem unserer Projekte verwenden wir hochwertige Fenster. Anton, welche Fenster werden das eigentlich von Karl sein? Drei Scherben verglasen Kunststoff-Arls-Einster. Unsere Türen gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen. Ich habe mich hier für Bad Reis entschieden. So, jetzt geht es ins Bad. Das Bad ist barrierefrei mit schwellenloser Dusche und halbtolle Armaturen. Die Fliesen kann man natürlich selber aussuchen. Toll finde ich das eingebaut bei Radio. Man muss beim Duschen nicht aufpassen und es braucht keine Batterien. Super nicht? Sollen wir jetzt in die Küche schauen? Gerne. Okay, dann los. Hier sind wir. Anton, habe ich vielleicht etwas vergessen? Ja, die elektrische Rafflamellenstunde, Pepper. Ja genau, auch wieder ein tolles Feature unserer Multimedia-Ausstattung. Die Küche entspricht dem Standard, den Hefe bei den Anlegerwohnungen einbaut. Die hat mir genau gepasst. Ich finde sie praktisch und sie gefällt mir. Was gibt es eigentlich morgen zum Mittag? Ach ja, sieht gut aus. Das ist unsere Wohnwerkstatt. Hier kannst du dein neues Zuhause ganz individuell zusammenstellen. Vielleicht kann ich dich dabei unterstützen. Sag mir doch, welches Bild auf meinem Bildschirm dir am besten gefällt. Eins. Danke, das lobe ich mir. Beispiele für den Industriestall findest du beim ersten Stuhl mit dem Stahlraum. Lass dich von den Bildern inspirieren. An unserer Wohnwelt hat für dir Anton gleich noch Ausstattungsmuster, die zu deinem Einrichtungsstil passen. Ich kann doch auch die zählen, Anton. Natürlich, gerne. Auf dich ist Verlass. Möchten Sie nach unserer Führung vielleicht etwas zu trinken? Ein Glas Wasser, Saft oder Kaffee? Wasser, bitte. Anton, kannst du bitte was bringen, falls es noch offene Franken gibt? Steht unser Verkauf gerne zur Verfügung. Ich bin jetzt etwas müde und werde mich zurückziehen. Viel Spaß, Mlau. Vielen Dank.